so gehen wir wieder raus und dann gibt es gleich weiter mit der nächsten mission mal schauen wir uns das nächste haben wenn baby dann so weit ist ja genauso wenn baby dann bereit ist für uns für dich das ist jetzt von dir wählt dass die die mission die das geld das ist jetzt nicht von dir alles gut wenn wir wenn wir uns die eigenturten die fahrer farben ja obwohl ich geschlossen habe bringt doch nichts mit der fließe der fnz kommen immer welche leute rein der schleicher herumtreiber der streunert die flucht na ja immer sein treibt sich etwas mal zu bunt so gleiche welle gleiche stelle so die perfekte vision für mich also wir müssen lautlos leute ausschalten eine kamera ausschalten dass und sich entdecken also wie gesagt das perfekte für mich würde ich sagen wir müssen lautlos irgendwo rein wenn du hier irgendwo rein gehst dann ist die geradiert nicht mehr lautlos das ja das stimmt ja da gebe ich immer recht oder was sagst du gewonnen ich will gerade nur den kopf ach die Yvonne weiß schon dass ich sie lieb habe mal gucken wo ist denn das diese farm einfach mal kreis drücken wo zwischen eine zweite nach hinten hätten wir glaube ich wo die wo das ist dass das gebäude ist das ding hier das wie heißt das hier um der letzte oder so Und landen wir mal. Ja. Das sinken, das dauert immer so lange. Außer bei dir. Außer bei dir, das tief sinken, das kannst du gar nicht sehen. Ich sag das tief sinken, ich sag das tief versinken. Lautlos und nicht mit dem Heli. Leiter um runterzukommen. Ich hab auch schon gegnern zu sehen. Ich sag das, was wir machen. Really? Da ist eine Kamera vor dir! Geh es! Oh, die kommen auf uns zu. Was sind denn die? Habe ich schon. In Deckung gehen, okay. Na, komm schon, jetzt. So, hat er da irgendwo, muss der Kamera irgendwo sein. Ja. Ich hab den rechten. Ich hab den rechten. Müsst du doch hier sein oder nicht? Ja, wir müssen als Team rein. Ich bin schon da, alles gut. Die hab ich irgendwann mal schon mal mit randoms hier gemacht. Ich kann mich an irgendeine Mission auch schon mal erinnern. Oh Gott, ich erinnere mich auch daran. Okay, okay. We need to hit the servers. Four of them. Get to the stacks. Run Avon's hacks. And try and keep quiet. And stay alive. This is Noosa's West Coast server farm. The Deep State's dirty little secrets. Where they store our dirty little secrets. Every I-5 surge. Every Life Invader. So long you we've seen the real thing you've said into. Where the phone or done in front of a panoramic TV. Everything is all there. Bleed bare on glass substrates. For the government's eyes only. Until they decide differently. Mhm. Okay then. Our data's of slightly more operational significance than your porn site cookies. But I take your point. All that data, you know what this worth? If Clifford could process a tenth of that information, imagine what it would learn. What it would become. You're only gonna care for these servers and these four servers is all you get. Huh? Of course. I have to see if he is. Okay. I'm going to the party in the house. I'm going to the party. I'm going to the party. I'm going to the party. You can get those servers hacked as quickly as you can. He lives still, yeah. Yeah, I'm already alive. He's still alive. He's still alive. He's still alive. How far are you, baby? You're back. Huh? We don't need to help them here. Cool. Yeah, we're in success. Onора we go. I've got a little bit of presence on theobaARD Hallright. I'm keen for assaults. You're just going to react to a place. Or at Wol quarterback. I'm again for czas. ich gehe hier noch vorbei, ich stück noch hinten, oh mein Gott. Hä, was ist der Punkt? Ah, hier. Passiere ich hin. Hack C ist erfolgreich. Ich bin gerade zu B, ich bin in der Nähe von B. Ich bin bei A dran. Ah, warte mal. Das wird glaube ich gleich noch richtig lustig, da kommen da noch News Einheiten. Nasen? Ja. Die blauen Nasen. Oh, hab mich geschossen? Von wo? Von was? Von hier? Hab es. Ich glaube, ich habe es auch. Ja. Vorsicht, wie gesagt, News Einheiten jetzt im Gebäude. Die Daten ist auf Bord. Okay, okay. Now, Go back the way, you came. Through the Reis control room in the middle of the data center. Ich bin Kolt. What? 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 Die fressen aber auch jetzt. Wie weit seid ihr? Wir müssen jetzt nur noch aus, ja. Ja, ja, schon klar. Nein, 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 ich bin voll in die Falle gelaufen. Ich bin voll in die Falle gelaufen. Ach man, ey, oh. Fuck, das war ein Gegner, das war nicht einer von euch. Ich hasse diese Mission. Ich finde ja eigentlich ganz cool, aber wie gesagt, komm mal gucken, wie weit war ich jetzt nochmal hacken müssen jetzt? Oder ich glaube, wir müssen jetzt nur noch mal... Ich glaube, wir müssen nur noch raus, bis wir müssen kontrollieren. Ja, ist ja alles gut. Ja, raus auf jeden Fall nicht, das weiß ich noch. Hm? Das ist irgendwie weiter weg. Ich glaube, der nächste Kontrollpunkt ist bei der Leiter. Ich weiß nicht, was ich noch nicht mehr. Ach gut, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich noch nicht mehr verfallen will. Ich habe den Elevator auf überrascht. Wenn Sie alle da sind, werde ich dich aufrufen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 von oben kann ich nicht schießen weil der sicherheitsglas drin ist ja na klar doch noch im letzten moment wo ich mich einstellen wollte hat der mich auch erwischt ich wir müssen hier oben hochkommen ich bin doch schon oben ich hatte noch einer auf der treppe da habe ich aber auch zuerst als einer von euch wahrgenommen und nicht als feind hier geht schon mal nicht das muss ja dass ich jetzt mal einen punkt finden wo du dich halbwegs vernünftig verstecken kannst heli da unten aber vielleicht soll man dahin gehen wo die herkommen da ist nämlich gerade ein bisschen weniger präsenz oder sich das ein bisschen falsch der hede der wackelt schon ganz bedeutig geht nämlich jetzt runter das aber der nächste got nine So. I'm sorry not to alarm you, but there is quite a gathering of people outside the building right now. I've got the elevator on override. When you're all there, I'll send you up. What's going on? What's going on? Well, I'm going to go to the deck and he's going to go in the gang. Oh, that's you, Kev, okay? Yeah, yeah. Yeah, that's I'm just about right now. Oh, he frisst aber auch. Selbst wenn die schlägt, brauchen die noch drei Schläge, bis die tot sind. ... 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 plan oder machen wir siehst du es mir ist egal wenn man was so gut ja dann alles gut haben wir es so passt so übertragung ist schon beendet ja bei mir aber dort noch nicht ich war kurz bist du hier fertig ist man sich durch die gegend laden wo ich kann auch feiern machen kommen da kommt ja nichts mehr jetzt da wäre der schrei spitzer gewesen na gut dann machen wir mal feierabend morgen wieder